Die Sendung wurde live untertitelt. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Schauen wir doch mal auf, die Startformation. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts. Jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Da kommt der Anpfiff. Das Spiel beginnt. Da kommt der Anpfiff. Das Spiel beginnt. Sieht ganz an der gelben Karte aus hier. Er sieht die gelbe Karte. So früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Das Spiel beginnt. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Ja, setzt sich schön durch. Aber er muss aufpassen. Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Drehblick geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Sie verlieren hier den Ball. Sie suchen nach der Lücke. Da muss die Abwehr aufpassen. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel. Nicht den Stock. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Ecke kommt in den 16er. Sie können nicht klären. Sie sind weiter in Bedrängnis. Da kommt der Pass. Aber der Verteidiger ist da. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Gibt keine Karte. Aber noch so ein Ding darf er sich nicht erlauben. Sie können den Pass unterbinden. Ball draußen wird ein Wurf geben. Sie holen sich hier den Ball. Ja, energischer Vorstoß. Ganz stark. Könnte die Führung werden. Kein Problem. Ganz sicher. Ecke kommt. Und da konnten sie nichts draus machen. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Jetzt kann da was entstehen. Er bringt den Ball nicht raus. Und die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor wagen. Starker Zweiger. Der Ball verlost. Keine gute Aktion. Es ist weiter enorm eng hier. 0 zu 0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht... Ganz kurz. Sie kommen jetzt. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Exzellentes Dribbling. Klasse Szene. Ah, er kann klären. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Guter Spielaufbau. Schön zugemacht. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Pause im Academy Stadium. Damit ist dieser erste Durchgang zu Ende. Der Ball rollt. Die zweite Hälfte läuft. Ballverlust. Ballverlust. Das könnte vielleicht was werden. Es könnte das Führungstor sein. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den auch machen. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so. Absolut vertretbar. beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Fängt diesen Ball ab. Cetri. So langsam wird es gefährlich. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert, wie der war. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Kein besonders guter Abschluss. Da kann er sich den Ball holen. Er kann dieses Duell gewinnen. Vielleicht jetzt. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spiel statt. Aber das war natürlich eine 100-prozentige. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Er geht in den Strafraum. Da ist der Ball erstmal raus. Der muss reingehen. Ja, das Tor war frei. Aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da ist natürlich leicht. Niemand da. Alles offen. Das ist kein Problem. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Unentschieden bisher. Dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe. Und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Und das sieht schon wieder nach einem guten Angriff aus. Da ist der Ball weg. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Da wäre Platz für den Konter. Gut gemacht. Gutes Tackling. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Der Keeper hält und verhindert hier vielleicht die Niederlage. Ja, das ist sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen. Sie nehmen eine Auswechslung vor. So, Ecke kommt. Und jetzt. Die Szene erst mal zu Ende. Ganz energisch. Könnte die Führung werden. Da passt der Klasse auf. Um ein Haar. Der späte Rückstand. Aber er macht zu. Verhindert das Tor. Eine herrliche Aktion. Und es gibt den nächsten Angriff. Könnte also die nächste Chance werden. Na, das müssen Sie entschlossener machen. Ne. Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Chetri. Noch mal der Angriff. Und es ist klar, die wollen hier mehr als dieses Remis. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Da ist Platz für den Konter. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Jetzt kommt der Schuss. So wird das nix mit dem Tor. Der Tor ist da. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. Ecke kommt den Sechzehner. Da kann er jetzt erstmal klären. Ein guter Block hier. Macht er ihn. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden. Unentschieden. telle ich mal. ja. da Untertitelung des ZDF, 2020